Ein richtig guter Lehrer ist auch immer ein Vorbild. Also, was soll ich machen? Erstmal machst du jetzt deine Zigarette aus. Und dann einfach aufpacken, dass keiner stirbt. Fuck you Gürtel von den Machern von Türkisch für Anfänger. Oh mein Gott, der stinkt so nach Alkohol. Ab 7.11. im Kino.